Es ist die schönste Zeit im Jahr. Weihnachten wie wunderbar. Friedlich und besinnlich an den Tagen ist jetzt der Anlass, Danke zu sagen. Verschiedene Maßnahmen wurden getroffen, um den Alltag zu meistern und trotzdem zu hoffen. Ein bewegendes Jahr geht nun zu Ende. Wir sagen aber hoch die Hände. Denn die Herausforderungen haben wir gut gemeistert und von unseren Mitarbeitern und Kunden sind wir begeistert. Ihre Flexibilität ist stets sensationell und die Umsetzung Ihrer Ideen mehr als professionell. Für Ihre Bereitschaft, neue Wege mit uns zu gehen und tiefgreifende Veränderungen zu bestehen. Auch Ihr Vertrauen ehrt uns sehr. Da fällt ein Dank gar nicht schwer. Schon jetzt freuen wir uns auf eine weitere gute Zusammenarbeit. Dafür stehen wir mit all unserer Kraft für Sie bereit. Auch der Erfolg im neuen Jahr soll Sie begleiten, immer da. Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie Besinnlichkeit und frohe Stunden, dass Glück, Gesundheit und Wohlergehen stets an erster Stelle stehen. Frohe Weihnachten und ein gesundes neues Jahr! Vorw Bedankt Untertitelung des ZDF, 2020